Hallo und herzlich willkommen in der Wachtelzucht Neubrandenburg. Heute mit einer Vorankündigung. Morgen ist der 15. August. Um 19 Uhr gibt es den nächsten Livestream. Und das zu dem Problem. Die Temperatur im Brutraum und welche Auswirkungen hat das auf den Brüder. Ja, also wie gesagt, morgen 15. August. Um 19 Uhr. Der nächste Livestream hier auf diesem Kanal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.